Neue Handel! Da muss ich lachen! Ich weiß auch nicht, was wir bei dem gedacht haben. Ich dachte, der zieht die Massen an. Früher war er noch jung und niedlich. Wegen der Lacher haben wir letztendlich genommen. Weil die so ansteckend ist. Das ist so schlecht. Aber jetzt habt ihr ja den Bude. Schwierig, gell? Welche Lache? Hallo? Man könnte Lachsäcke mit Eddy-Lache rausbringen. Das ist eine super Idee. Hier, Merchandise-Minister. Hannes, du bist doch auch Merchandise-Minister. Lachsäcke mit edes Lachen. Edel, du kannst gerne auch den Zettel wegnehmen von Michael. Hast du jetzt eigentlich verloren? Ich meine überhaupt nicht mit. Guckt euch jetzt an. Lachsäcke. Morgen. 40 Euro, 40 mindestens. Guck mich an! Businessman. Guck mich! Okay. Ich krieg doch noch einen YouTube-Kanal. Nee, du darfst nicht reden. 9 Lachen nicht. Was findet mein... Was findet mein... Edel! Das ist doch lächerlich! Was versuchst du denn hier durchzudrücken? Hahahaha! Ihr Vollidioten! Wie ihr Vollidioten! Hört einfach auf! Ihr müsst euch auch aufhören zu lachen! Echt! Ihr seid aber auch kindisch! Nein! Es ist schwer! Du hast so ein ansteckendes Lachen! Es ist nach 11. Normalerweise ist Eddie dann schon im Bett. Guckt euch jetzt an! Okay! Okay! Gib ihm keinen Zucker mehr! Und kein Kaminchen mehr! Warte! Warte! Entschuldigung! Böse gucken! Was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Head & Shoulders! Hahahaha! Du hast dir Mühe gegeben! Ich hab's genau gesehen! Hahahaha! 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 Hahahaha!